Glitch hat gute Arbeit geleistet. Können wir es auch? Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hat uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blasor. Das ist eine heftige Tür. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hat uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blasor. Was ist da? Ist das? Ist er voll aus, Björngele? Fassi muss hungrig, Feuer einstellen und läuft! Weißt du, irgendwie wirkt die Dimension, in der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter! Ratchet, ich kann nirgends Blison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Das zieht nicht so gut. Das zieht nicht so gut. Äh? Amöboiden! Licht schon wieder! Was ist mit dem Licht? Juhu, da ist er! Wer ist wo? Solange die Miete nicht aufschauen, bin ich glücklich. Level up. Oh, der Computer ist angegangen. Können wir uns das anziehen? Dann machen wir die Sperre aus, Computer, die Sperre aus. Wie spät ist er eigentlich gerade? Pfiou. Ich habe keinen Plan, keinen Bock zu schlafen. Das Spiel ist phänomenal. Also ich muss echt Sony-Musik gratulieren. Wie kann er so in den Schlimmen? Oh, oh, ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Kommt sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottwort? Und ich dachte, er redet von Safti. Oh. Was stören die nicht mal? Die Tür geht nicht auf! Das Fenster! Versuch das Fenster! Ha! 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 Das ist ein Goldbolt! Nee, doch nicht. Das Schloss wird per Bolt-Kurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Lauf! Kann ich abbrechen. Die Tür! Sie müssen hier auslaufen, ähm! Die Tür ist neu und entscheidend. Gut, das soll dochSí! Ja! Das Explosion ist nicht genauer. Wo kann ich raus? Wo muss ich lang? Er hat zu mir jetzt nichts Fast geschafft! Hier lang Okay Wenn ich Bleason wäre, wo wäre ich wohl? Oh oh Woah, woah, woah! Richard, alles okay? Ja! Zum Glück funktioniert mein Sauerstoffleiter noch! Hat die Jahre nicht gebraucht! Stimmt! Ich habe... Hat man den letzten Teil vor! Boah! Richard! Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast Dass du dein schönes Leben riskierst Alter! Ich habe... Ich habe... Es war friedlich! Still! Sogar heiter! Und als du mein Partner werden wolltest Wollte ich auch nichts riskieren Aber jetzt bin ich froh! Danke, Kid! Das bedeutet mir viel! Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut! Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt Scheiße, das Biest kann glaube ich schwimmen, oder? Mal sehen, ob hier was ist Ich kann nur auf den Weg laufen Das sieht so geil aus unter Wasser Ich kann weiterspringen, let me guess Das sieht schon... Ja, das sieht da aus, als müsste ich oben nochmal raus Boah! Boah! Ich weiß nicht, wo ich die Kohle dafür herhabe, aber... Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Pfaden Ach, die machen mich schon wieder pleite Ich bin die Kreisgrämer für Neuwer für Recht Du komm, Junior! Die existenzielle Ökonomie, an der Vorgoth-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können! Geht nichts über eine tödliche Aufrüstung! Scheiße, jetzt hab ich den einen vergessen, egal Du hast mir gute Dienste geleistet Ja, Mr. Pilzkopf, wer weniger Schmetterbomben waren auf jeden Fall sehr super Die haben das getan, was sie sollten, mir helfen Ja, Exekutierer oder wie er hieß Exekutor Oh, Mikroben gestürzt, egal Ich werde dich vermissen, Sweetie 105, ich glaub 240 hatte man davor Tschüss Ich hab überlegt, wir bleiben in der Dimension Ja, genau wie im alten Teil Da bleiben 5 Moni, glaub ich, rot oder so Nein, Kdo, ist gut Das war's für mich. Ich bin ein Feindler. Was ist das? Oh, jetzt sind die Explosion viel stärker. Die Energiequelle ist saftig. Wir sollten ihn befreien. Wir kommen in Frieden, Großer. Ich werde mich in Ruhe oder ich sofort brauche ich mit den Granaten. Klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Schnappt euch die Energiequelle. Hoffnung stand heute nicht auf ihrem Zeitplan. Er hilft uns. Er hilft uns. Mann, da bin ich aber froh. Ich glaube ich könnte rüber. Wenn ich will. Scheint dringend. Arsch! Ach. Ich glaube, der wird da einfach raus, gerade stehen. Interessant. Mokomi. Ja! Elite-Sicherheit-Kommando. Ich habe keine Leben. Das ist doch jetzt... Das ist doch ein Scherz, der springt ausgerechnet zu mir. Haha. Mit welcher Fantasie das ich mir darf anhören? Jetzt habe ich hier die Komplätze. Gehen Sie doch mal aufdrehen, muss er. Das Spiel ist genial, das ist so geil, aber... Die Zurücksetzungspunkte sind echt ein Witz. Ja, klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Scheiße. Das ist doch... Stopp von Kiel der E-Quelle. Hoffnung scheint heute nicht auf Ihrem Zeitplan. Er hilft uns. Er hilft uns. Mann, da bin ich aber froh. Ich schieße er. Ich schieße die ganze Zeit auf ihn. Ich denke, alles was ich sehe muss sterben. Ich bin ein Gesellschafts-Safi. Kannst du mich überhaupt verstehen? Endlich die schweren Geschütze, was? Oh, die sind ja wirklich schwer. Hör auf, auf mich zu springen. Hat er alle drei jetzt gerade umgelegt? Ich hätte nie gedacht, dass ich das Monster mal mag. Ich weiß nicht, ob ich das einfach hinnehmen muss. Komm schon, Seth. Ich bin's nur. Der gute alte Reshmi. Jetzt kommt seine Freundin. Ja, dachte ich mir. Ey, dude, ganz gute Typen, Alter. Hast du geklappt? Hat's geklappt? Ich bin zwei Jahre nach Rieder interessiert, aber... Er ist auf freiem Fuß. 44 Prozent, achso, ein bisschen weniger als Spielstand. Müssten wir jetzt nur noch zurück zum Chef. Danke, und alles klar, äh... Schrotti. Oh, süß. Hier war ich gar nicht. Stockwerk kann ich nicht wechseln, doch hier. Wie ist das? Der Dimensionator ist fertig. In Ernst? Halt... Wir? Ich wusste, ihr schafft das. Wir haben auch das Phasen-Quarz bekommen. Ja, äh, komm zu Zorqui, dann bauen wir das Ding. Oh, wie treffe ich... ...jemanden? Worum redest du? du hast mich getroffen und das ist hier irgendwas also mir fehlt auf jeden fall der ding spot und zwei gold bohls jetzt genmerk mag es glaube ich die kleidung ich bin vor dir vom archiv gefallen und hab geschrien und denkt nicht so viel hier soll das ding bestimmt aktivieren aber nee 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 ich habe mich irgendwie in die dings ohne rüber beamen nein aus BAM Goldboot einsammeln Bam Das Ding wieder deaktivieren Keine Ahnung, wie das reagiert Ich dachte immer, als Einstein-Move Naja, ich bin sowieso wieder zurück Dahin ist aber auch noch eine Abschlusskomphe Da ist aber gar nichts Also wirklich Zero Ich habe vergessen, mich zu bewegen Fuck Oh, fuck Das ist ein Scheiß Ach, fuck Dann doch so So kommen wir zu dir Und ich versuche Achso, da ist mein Oh Understand Ich glaube, auf dem Planeten 100% wird ein bisschen schwieriger Oh Es wird Zeit, die Dimensionen zu reparieren Oh, nee Nicht mal der Silberbrugger ist frei F-f-f-f-f Wir bekennen es noch Töten Skars, du Trümmerfeld Hi, Ratchet Ich bin Ravid Nett, dich kennenzulernen Was machst du da? Wie übt eine Konversation Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Hier, ein bisschen Er ist sehr nett, versprochen Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden W-f-f W-f-f Ich wollte eigentlich nur bremsen, aber plötzlich war ich unterm Stein Was machst du da? Nichts Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten Warte mal kurz Der Aggressator Ja Der ist so geil Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten Bist du nervös, Ratchet Aha Jetzt komm ich da hin Ah, da ist der Infobot aus dem Ding Der Spion Okay Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Boats Kip 2 und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein Oh Oh Was? Da Äh Hey Hey Ja Ähm Hi Oh Gott So gut Ich hab Clank Oh, Kumpel Mir gehts gut, Ratchet Wirklich So langsam gefällt mir mein neuer Look Fürs Protokoll, ich hab ihn so gefunden Ach komm, als würdest du Clank wehtun Schließlich bist du irgendwie ich Warte Genauso gut könntest du auch ich sein Haha Ich meine Im Ernst Ich Äh Du weißt gar nichts Ich weiß gar nichts Hahaha Oh Sorry Rivet Das ist Kit Ich hab mich darauf gefreut dich kennenzulernen Ähm Ähm Ich mich auch Äh Dann beseitigen wir wohl mal dieses Chaos Oh Gott, oh Gott, oh Gott Und jetzt zum Düdeln Möchtest du ähm ? shaking ? Ich mich auch Zu als soll sie ihr backblinkt Ich mein OOh Hahaha War das klar Wie war das klar nicht diese Dimension meine Probleme kommen ganz von selbst zu mir wie oft hast du den besiegt? nicht oft genug darf ich mal? aber gern doch was soll denn das? oh ist jetzt Boss Battle oder was? aber er kann gar nicht dass sich der Boss aufweist wobei der hält sehr viel aus so dass ich in dieser Dimension nicht verliere das werden wir ja sehen der gibt mir ordentlich das tut weh der gibt mir ordentlich ich mache den kaum Schaden ich bin nur weggesprungen was fliegt denn meine Kopfball darf mich doch kurz mal die Waffe ach Bastard er ist sicher die 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 Dimensionen nicht verlieren werden wir ja sehen Mann Ihr haltet euch für Tag Ich mach euch Feuer und damit an Oh Lombaxe genau so abrassend sehen Die Unausgehen Jetzt verliert endlich Und lass dich meine Herrschaft genießen Das sieht nicht gut aus Ich hab alles im Griff Ist alles gut Bruder Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typen nie gesehen Denn Ich Bin er Erb, das kaufen wir dir ab Weder du noch Ach komm ich bin doch Wer immer das auf deinem Rücken ist Wird nie Meinen neu gewordenen Ruhm wegnehmen Och man diese dämlichen Gegenstände Wird nie Ah fuck, das ist geil Oh nee, 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 nee Ja, hier komme ich her, lustige Geschichte, Moment, ich muss mich konzentrieren Klaudert ihr etwa? Gut, tu so, als wäre ich keine Bedrohung Gleichzeitig Ich kann es nicht abschätzen, ist das schon das Finale? Weil der ist schon echt stark für den Vario Ich habe nicht gerechnet Weil der auf dem PS von der PS4, der in der Vario kommt, der war etwas traurig Ich bin euer Imperator, so will er sich aus mächtiger denn je Hahaha Meine Muni, die von der Neue Das Leben haben wir keine Munition, weil Ich muss ihn irgendwie schwächen Wie? So Es reicht! Ich werde euch ins Herz einer Supernova schicken! Hahaha Was? Das ist doch keine Supernova! Wieso sind die Knöpfe nicht verschlechtet? Hatsophan, du hast viel durchgemacht für ein kleines bisschen Macht, hm? Ich kann es nicht haben Dich und Ratchet Für eine Publikum aus meinen jubelnden Fans zu vernichten Bist du? Ich habe meine Waffen aufgefüllte Basta Ich habe meine Waffen aufgefüllte Basta Boah Ich bin immer noch nicht bei der Waffen, ich bin bei der Ha, ja, geil, Stufe 2 Irgendwie nix Gibt ne Muni, gibt ne Muni Ich, schluss mit dieser, Freckheit Bohu nie, Bohu nie, Bohu nie BAM! BAM! Was, sagst? Oh, die scheiß Waffe Ha, gibts schon Fanart von deiner Niederlage Ah, noch ein Nefarious Wow, was für ein Kampf Ist der Spaß schon vorbei? Kommt schon, Applaus für Rivet und ihren ersten Sieg Ich wünschte, ich hätte früher hier sein können Aber ich kann mit Freude verkünden, dass ich alle meine Gegner neutralisiert habe Ha, 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 ha Ausgenommen Captain Quantum Und, äh, egal. Als ich hörte, dass der Rebellen Lombax gegen mich kämpft, da musste ich... Zusehen, wie jeder deine Niederlage feiert? Wer feiert denn hier? Meinst du die? Nein! Nein! Warte! Ich bekämpfe Rebellen schon seit Jahren! Ich helfe dir, sie auszulöschen! Ah, mein seltsamer Fan möchte mir helfen! Hahaha, wie verlockend! Gestalt, hier ist interessanter! Ein Halbspiel vielleicht? Er will nach Sargasso! Ich muss vor ihm da sein! Wir kommen mit dir! Ratchet, wir müssen Quantum finden! Er ist der letzte Rebell auf der Liste! Reist nach Adonis und sucht Pierre! Er bringt euch zu ihm! Krass, auf euch! Aber jetzt? Sch... Wir haben hier möglichst viele Ressorten... ... ...